Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video sind wir beim Javik-Stahl-Championat. Ich finde es einfach so witzig, wie sich Nora gerade einfach so neben mich hingepflanzt hat. Einfach so, ja, ich stelle mich mal neben sie hin. Also so witzig, so random neben mich hingepflanzt. Auf jeden Fall machen wir heute das Javik-Stahl-Championat das erste Mal mit dem Andalusia als ausgeleveltes Pferd. Sonst haben wir es ja nie ausgelevelt gehabt. Heute machen wir es das erste Mal als ausgeleveltes Pferd. Deutsch ist am Arsch. Ja, es ist 20 Uhr und das Championat beginnt in 2 Minuten. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. So, die Gruppen werden jetzt eingeteilt. Ich höre wahrscheinlich eh wieder Gruppe 1. Ja, ich bin Gruppe 1. Nice, nice. Mit Nora und Alessia. Alessia hat sich auch neben mich hingepflanzt. Alessia kennt ihr wahrscheinlich von der Postfolge, falls ich zu dem Zeitpunkt die Postfolge schon hochgeladen habe oder nicht. Das Video ist ja vorproduziert, deswegen keine Ahnung, ob ich die Postfolge da schon hochgeladen habe oder nicht. Auf jeden Fall wünsche ich allen viel, viel Glück und es wird wahrscheinlich so ein Fail werden. Aber ja, ich habe noch nie bei diesem Championat eine Schleife gewonnen. Und damit Pferd heute Level 15 ist, haben wir vielleicht eine relativ gute Chance. Let's go! Oh mein Gott, das ist jetzt so ein Fail. 3, 2, 1, let's do this! Der Start war schon mal nicht so schlecht. Mein Outfit würde ich jetzt auch nicht gerade so schlecht bewerten. Also ich habe schon ein gutes Outfit, würde ich sagen. Also ein Champion-taugliches Outfit. Der Araber Pinto ist halt schon sehr schnell, merkt man auch hier nochmal. Oder es liegt am Outfit, kann auch sein. Nein, hat er da nicht ernsthaft gerade... Oh mein Gott, was war das gerade? Ist das Pferd da nicht ernsthaft stehen geblieben? Oh Mann, Alter, ich hasse dieses Pferd. Warum bleibt das immer sch... Hallo, ich bin doch gesprungen, du A**en-Pferd. Kann ich ausrasten bei so einer Scheiße? Ne, ganz ehrlich. Ich drücke voll fest auf diese Spring-Taste. Erstens mal, das Pferd bleibt hängen. Zweitens mal, das Pferd macht nix. So ein Shit hier. So, es ist übelst leggy, aber egal. Ja, erste, zweite, dritte werde ich sowieso nicht mehr. Also das ist schon eh schon weg, du. Oh mein Gott, ist das leggy. Bin hier da noch 15? Ne. Ich komme alle noch von hinten hier. So ein Shit. Okay. Ähm, soviel zum Thema. Vielleicht werde ich erste, zweite, dritte. Vielleicht bekomme ich heute ne Schleife. Hm? Voll. Also, hm, geht sich noch easy aus, du. Nämlich, dieser eine Fehler. Ich habe nichts gemacht. Ich bin ganz normal gesprungen und der andere bleibt hängen. Schon. What the f***ing f*** du f***. Wo muss ich eigentlich hin? Habt ihr das gerade gesehen? Ich bin doch nur auf diesen Stein gesprungen und direkt wurde ich abgeholt. Was ist das für ein Shit eigentlich? Wie bitte ist, wie scheiße ist das Championat bitte geworden eigentlich? Ist ja voll der Shit geworden, Alter. HGW an Nora. Sie ist fünfte geworden. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die liebe Alessia ist. Kann sein, dass sie hinter mir ist. So ein Shit-Championat. Ne, Alter, gar keinen Bock mehr. So, fertig. Alter, dieses Championat war der reinste Shit auf Erden heute, ne? Ganz im Ernst, also, bruh. Ich habe gedacht, ich komme vielleicht an der Schleife. Nein, bei dem ersten Sprung verkacke ich erstmal. Aber gut. Also, das ist der tolle Beweis, dass das Tropic-Stahl-Championat das größte Shit-Championat ist. Ähm, ja. Ähm, das werde ich definitiv nicht mehr so oft machen. Ich werde vielleicht noch ein New Hillcrest mit dem Pferde probieren. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi. 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 Tschüssi.